Das Umweltbundesamt fordert ein Ende der Kohleenergie in Deutschland bis zum Jahr 2030. Nur so könne Deutschland auf dem Pfad zu deutlich unter 2 Grad Erderwärmung bleiben, sagte Behördenchef Messner der Funke Mediengruppe. Ein Ausstieg bis zum Jahr 2038, wie bisher geplant, reiche nicht. Auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien forderte Messner mehr Tempo. Er reagierte damit auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das dem Gesetzgeber Nachbesserungen am Klimaschutzgesetz auferlegt.